Guten Morgen meine lieben Studierenden, angekündigt war ja, dass wir ein kurzes Input-Video haben, auch wenn wir morgen den Buß-und-Behtag in Sachsen feiern oder einige von Ihnen. Und ich würde mich heute gerne dem Thema Rassismus und Historicität zuwenden und zwar deshalb in dieser Begriffspaarung, weil nicht jede Form von Diskriminierung in geschichtlichen Zusammenhängen als Rassismus aufzufassen ist und nicht jede Form, die wir heute als Rassismus bezeichnen, aus einem westeuropäischen Verständnis heraus als Rassismus aufzufassen sei. Das Ganze hat ganz unterschiedliche Gründe, unter anderem auch die, dass wir mit unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichen Begriffsverwendungen operieren. So ist etwa im angloamerikanischen Raum der Begriff des Rassismus sehr viel weiter gefasst als im europäischen Raum und diese Auffassungen aufeinander abzubilden, wird Gegenstand sein dieses Inputs. Der wird heute etwas länger da das Thema auch etwas komplexer ist und freilich werde ich nicht alle Aspekte dieses Themas hier in einem Input-Video für ein Seminar ausleuchten können. Wie immer gilt, dass ich Ihnen einige Hinweise geben möchte und einige Pflöcke einschlagen werde für die Bearbeitung und für die Auseinandersetzung mit diesem Thema, aber es hier nicht in Gänze für Sie entwickeln kann. Das gilt vor allen Dingen im Hinblick auf die Operationalisierung im Bereich der Garmistischen Linguistik, denn hier ist tatsächlich noch viel zu tun. Aber gehen wir mal an das Thema heran. Rasse als Dispositiv der Macht, das ist eine Begriffsverwendung, die sich an Foucault und Spreen anschließt. Und streng genommen müsste man hier zumindest schon mal relativieren, dass nicht Rasse zwingend das Dispositiv der Macht sei. Man kann es so auffassen, aber möglicherweise ist Rasse auch ein Teil eines Dispositivs der Macht und ich würde Ihnen das Ganze gern hier entwickeln in den nächsten Minuten. Zunächst beginnen wir mit einer Wiederaufnahme des Machtbegriffs nach Foucault, nämlich dass es sich hierbei um ein Ensemble von Handlungen handelt, die sich auf mögliches Handeln richten und Macht operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert oder erschwert und so weiter und so fort und jedenfalls schränkt sie oder gewährt sie Handlungen. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln. Voraussetzung dafür, dass Sie jemanden unterdrücken können, ist, dass wir ein wahrnehmbares Machtverhältnis und eine wahrnehmbare Machthierarchie haben. Wir können auf der einen Seite Mächtige unterscheiden und beobachten, auf der anderen Seite Unmächtige und genau um diesen Zusammenhang wird es mir jetzt im Folgenden gehen. Der Dispositivbegriff bei Foucault ist interessanterweise innerhalb der gabinistischen Linguistik nicht so fruchtbar geworden wie andere Aspekte. Das könnte sich aber in den nächsten Jahren ändern, vor allen Dingen dann, wenn wir auch multimodale Ensemble, also das heißt Bild und Text und Klang miteinander verschränken, aber auch zum Beispiel Architekturen berücksichtigen, die alle zusammen, so heterogen sie sein mögen, ein Dispositiv abbilden können. Und deswegen hier noch einmal die Definition, ein Dispositiv ist ein heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen reglementieren, Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrersatz, kurz gesagtes, ebenso wohl wie ungesagtes umfasst. Kommen wir. Deswegen aber, wenn wir von diesem Dispositiv ausgehen, sofort auf die soziologische Rassismusforschung. Und ich habe Ihnen hier zwei, drei Ansätze ausgewählt. Die Rassismusdebatte, Literatur ist unendlich weit und groß. Ich werde mich aber hier einführend auch für Sie als Lesetipp auf Fredrickson konzentrieren. Und er bestimmt Rasse und Rassismus so. Wollten wir eine knappe Formulierung wagen, so könnten wir sagen, dass Rassismus vorliegt, wenn eine ethnische Gruppe oder ein historisches Kollektiv auf Grundlage von Differenzen, die sie für erblich oder unabhängig hält, eine andere Gruppe beherrscht, ausschließt oder zu eliminieren sucht. Zentral sind hier die Partizipien beherrscht, ausschließt, beherrschen, ausschließen sowie der Infinitiv mit zu eliminieren. Also das sind die drei zentralen Mechanismen, die wir nachweisen können, uns die interessanterweise in einer Diskurs- und Koloniallinguistik sich auch sprachlich nachweisen lassen. Das heißt, wenn wir nach Operationalisierungen von Rassismus suchen, dann suchen wir sprachliche Strukturen, die Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen sind, die exkludieren, also ausschließen und schließlich zu tilgen versuchen, also entweder nicht sichtbar zu machen oder sprachliche Handlungen, die tatsächlich das Eliminieren begleiten. Wichtig ist weiterhin, dass Kultur in einem solchen Maße verdinglicht oder essentialisiert werden kann, dass sie zum funktionalen Äquivalent des Rassenbegriffs wird. Das ist eine Beobachtung, die sich in den letzten Jahren machen lässt, vor allem im Hinblick auf die sogenannten Neue Rechte, nämlich, dass wir nicht mehr über ethnische Gruppen oder Kollektive reden, die ausgegrenzt, also die beherrscht ausgegrenzt und eliminiert werden, sondern wir reden über Kulturrennen und Kulturkreise, denen bestimmte Eigenschaften zugewiesen werden, das ist wiederum sprachlich, die zur Begründung dafür herangezogen werden, dass man diese Gruppen beherrscht ausschließt. Oder eliminiert. Daneben haben wir noch eine ganz weitere Differenzierung mit sehr interessanten und vor allen Dingen in der soziologischen Rassismusforschung produktiven Dichotomien, nämlich der Unterscheidung zwischen Racism und Racialism, Herrschafts- und Vernichtungsrassismus. Das wird für uns eine sehr wichtige Dichotomie sein. Und dann zwischen Racism und Racecraft, also das heißt der Differenzierung, sehr genauen Differenzierung, wann und in welchen Situationen wir von Rassismus zu sprechen haben, indem wir uns unterschiedliche gesellschaftliche Konstrukte genauer anschauen. Und um es gleich vorweg zu sagen, es gibt nur eine menschliche Rasse. Alles das, was Sie in diesem Kontext lesen, hören oder nachdenken, sollte von Ihrer inneren Überzeugung her getragen sein, dass es nur eine menschliche Rasse gibt. Sobald irgendetwas anderes in einem Text steht oder Sie irgendetwas anderes hören, stehen Sie dagegen auf, denn es gibt keine menschlichen Rassen im Plural, es gibt nur eine. Das ist das perfide daran. Der linguistische Mechanismus, um das gleich mal vorweg zu sagen, um andere Menschen nicht zu Menschen zu machen, ist sie zunächst zu entmenschlichen und sie dann einer anderen Gruppe zuzuweisen. Und wenn sie nicht mehr Menschen sind, dann können sie auch am Trassen sein. Und dieser Mechanismus ist ein Ausschließungsmechanismus, wie wir den oben bei Frederiksen schon gesehen haben. Und der funktioniert interessanterweise schon seit Jahrhunderten. Also das heißt, die Möglichkeiten der Ausschließung beginnen da, wo sie anderen Menschen Eigenschaften zuweisen, die sie nicht mehr zu Menschen machen. Kommen wir jetzt aber zu einem ganz konkreten Fall und zu Achill Mbess' Kritik der schwarzen Vernunft, das ich zur Grundlage nehmen möchte, um hier weiter mit Ihnen über den Rassen- und Rassismusbegriff nachzudenken. Das Interessante ist, dass er die Figur des Negers und jetzt der zentrale Punkt, dass ich rassistische Begriffe in den Slides mit Asterisk markiere. Und zum Zweiten hier das N-Wort, das man normalerweise in linguistischen Beschreibungen tunlichst vermeiden sollte, öffentlich, explizit nenne, wie Mbembe, nicht um jemanden dazu zu machen, also nicht um jemanden zu diesem Rassensubjekt zu erklären, sondern um zu illustrieren, jedes Mal mit dieser Begriffsverwendung, welche Schuld europäische Kolonialpolitik auf sich geladen hat. Indem sie den ganzen Erdkreis in Menschengruppen sortierte und Ihnen in langen historischen argumentativen Auseinandersetzungen können sie auch gern sich mit der Aufklärung auseinandersetzen oder der Dialektik der Aufklärung, also Kant und Adorno, in denen gezeigt wird, dass das Bild des aufgeklärten Europäers, das des weißen aufgeklärten Europäers ist, während alle anderen auf dieser Welt eben nicht weiß europäisch oder aufgeklärt sind, je nachdem, welches Kriterium sie anschließen möchten. Und das Rassensubjekt des Negers ist das Schlimmste, was auf das Konto europäischer Kolonialpolitik einzahlt. Wenn Sie diesen Begriff verwenden, und so tue ich das hier, dann halten Sie sich selbst den Spiegel vor. Das heißt, dieser Begriff weist nicht auf ein Rassensubjekt, sondern er weist auf unsere europäische Kolonialschuld, die bis heute dauert. Jedenfalls, warum verwendet Membeth den Begriff? Weil er ein kulturhistorisches Konstrukt ist. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Er ist vornehmlich Gestalt und Symbol beschränkten Lebens, ist in Animalität und Sinnlichkeit gefangen und hat keinerlei Gestaltungsoptionen. Er ist ein Rassensubjekt, er ist degeneriert und weist im Vergleich zum weißen, aufgeklärten Europäer ontologische Mängel auf. Deswegen, und das ist der Ausgangspunkt von Membeth, ist die Kolonialisierung zivilisatorisches oder humanitäres Werk. Also man setzt Gewalt ein, um zu bilden. Die Neger produzieren heißt, ein soziales Band der Unterwerfung und einen Ausbeutungskörper zu produzieren. Also einen Körper, der ganz dem Willen eines Herrn unterworfen ist, in dem man ein Höchstmaß an Rentabilität abzupressen sucht. Mit anderen Worten, und das habe ich an anderer Stelle auch dokumentiert, Schwarz zu sein, bedeutet nicht, Neger zu sein. Denn zu diesem zu werden heißt, dass man durch einen weißen, europäischen, aufgeklärten Kolonialherrn zu diesem gemacht wird. Und diese Mechanismen sind die Interessanten. Nicht die Wahrnehmung von Differenz, sondern wie gelingt es uns mittels eines Begriffs und mittels eines Konzepts, Menschen auszugrenzen, auszuschließen und zu Nichtmenschen zu machen. Und diese Figur ist genau eine solche. Also das heißt, wir konstruieren als EuropäerInnen uns ein Rassensubjekt, damit wir eine, Sie erinnern sich vielleicht an die letzten Diskussionen, damit wir ein Argumentationstopperi daran anheften können, um uns nicht mehr darüber versichern zu müssen, dass unsere Begründungszusammenhänge richtig sind. Also die wir dann als konventionalisiert nicht mehr infrage stellen. Und Aufgabe von Kolonial- und Postkoloniallinguistik muss es sein, eben solche Prozesse des Selbstverständlichen aufzubrechen und diese auch gesellschaftlich bewusst zu machen. Insofern ist Koloniallinguistik und ist Großlinguistik auch immer politisch. Genau. Kommen wir mal auf die Prämissen von Membet zurück. Also die Prämissen sind, der globale Kapitalismus produziert nicht nur Waren, sondern auch Rassen und Spezies. Ihm liegt ein rassistisches Denken, eine schwarze Vernunft zugrunde. Das ist tatsächlich in den Grundlagen kapitalistischen Wirtschaftens begründet. Wenn wir über Ausbeutungsverhältnisse reden, müssen wir auch immer jemanden argumentativ zu einem Ausgebeuteten erklären und müssen auch gleichzeitig erklären, warum wir ihn ausbeuten dürfen. Und diese Begründungen bleiben meist implizit und laufen über lange Jahrhunderte. Sein Beispiel ist allerdings das berühmt-berüchtigste. Das Interessante ist, dass für europäisches Denken das Rasensubjekt des Negers wahrscheinlich das Prototypische ist, worauf er hinweist. Und seine Hypothese und sein argumentatives Ziel, darauf will ich heute gar nicht hinaus, ist, dass wir im Neoliberalismus diese Denkfigur und dieses Konzept auf die gesamte subalterne Menschheit übertragen und wir mehr oder weniger auf einen Rassismus ohne Rassen hinsteuern. Aber darauf müssen wir heute gar nicht hinlaufen. Die Conditia Negra, die er historisch auffächert, gliedert er in verschiedene historische Stufen. Zunächst der Mensch als Wahre, Unterwerfung, Entrechtung, Ausbeutung im organisierenden Sklavenhandel, 15 bis 19 ist Jahrhundert. Sie ahnen vielleicht, dass wir jetzt genauer auf diese Phase schauen. Menschwerdung im Abolitionismus, das heißt der Sklavenbefreiung oder der Sklavenrechtsbewegung, Forderung nach dem Status von vollwertnötigen Subjekten der Menschenwelt, das heißt, im Abolitionismus haben sich nicht Sklaven befreit, so wird es genannt, sondern nach Membe wurden sie in diesem Schritt zu Menschen. Also sie haben den Status des Menschseins eingefordert und das gibt dem Ganzen natürlich argumentativ die richtige Schärfe und glauben Sie mir, wenn Sie Texte von Jamaika lesen, wissen Sie auch, um was es dabei geht. In der dritten Stufe, auf die ich heute nicht eingehen möchte, ist der Mensch als Subjekt des Marktes, aber auch das ist eine interessante Denkfigur, die wir im Kontext des Seminars durchaus weiter verfolgen können. Ja, zum Ausgangspunkt, wenn man von Frederiksen und Membe noch mal zu Foucault zurückkommt, die Rasse als ein Dispositiv der Disziplin, sie wird nämlich diskursiv konstruiert und ist eine Wissensgestalt, die argumentativ entwickelt wird und entsprechend konzeptualisiert wird. Das Ganze läuft im Wesentlichen über folgende Schritte, als zunächst nimmt man den anderen als Fremden wahr, das ist noch nicht ungewöhnlich, das machen wir Menschen alle, nur das Problem ist, heißt, wir leben in einer Kultur, in der daraus nicht folgt, dass wir den, der anders ist, töten dürfen, sondern wir versuchen, idealerweise in einer humanitären Kultur, in einer aufgeklärten Kultur, auf den anderen zuzugehen, uns auf ihn einzulassen. Und genau dieser Mechanismus setzt im Kontext frühkapitalistischer Ausbeutungskultur und christlicher aufgeklärter Kultur aus. Ich muss nämlich zwei Dinge erklären. Ich muss erklären, warum jemand anders nicht Mensch ist und ich muss vor allen Dingen erklären, warum ich als Christ ihn ausbeuten darf. Dafür muss er ein Nichtmensch sein. Das Nächste, ich muss wie auch immer geartet eine eigene Superiorität ausstellen, die mich über das andere erhebt. Und die kann auf x-beliebigen Wege begründet werden, biologisch, ästhetisch, moralisch, ethisch, militärisch, rechtlich, ökonomisch, kulturell und so weiter und so fort und so fort. Und die kann tatsächlich gegeben sein, aber sie kann auch nur beansprucht sein. Jedenfalls sollte sie von gewisser Dauer, also das heißt, unvergänglich sein. Also wir sind immer besser als die anderen auf einem bestimmten Niveau. Und das rechtfertigt wiederum jetzt, das, was jetzt kommt, nämlich, dass wir das eigene schützen müssen. Weil das Fremde könnte in der Summe als Kollektiv uns bedrohen, das eigene gefährden. Und deswegen müssen wir vor dem anderen Angst haben und uns vor ihm schützen und entsprechende Präventionsmaßnahmen ergreifen. Sie erinnern sich vielleicht an die Diskussion nach 2015, wo es auf einmal aus der neuen Rechten schalte. Der große Austausch steht uns bevor, wir sind bedroht und wir müssen hier die Festung Europas bauen. Da bewegen wir uns schon in diesem Zockel, nämlich, dass das eigene Superiore geschützt werden muss, gegen das, das nicht so hochwertig ist wie das eigene, aber es bedroht. Der nächste Schritt ist, dass man Fremdes ausgrenzt, also dass man aufgrund der Bedrohungslage als Präventivmaßnahme das Fremde ausschließt, also fest auf Europa. Der nächste Schritt bleibt aus in neuen Zeiten, zumindest auf diesen ersten Blick, auf den zweiten Blick nämlich nicht. Also wenn wir uns über Fragen der Ausbeutung von Arbeitskraft und natürlichen Ressourcengedanken machen, die zum Beispiel im Bereich der Hochtechnologie im westlichen Europa rings um den Erdball passiert oder wenn Sie sich überlegen, welches T-Shirt Sie für 3,50 Euro oder 5 Euro kaufen und dann darüber nachdenken, wer könnte denn dieses T-Shirt angefertigt haben, in welcher Textilhölle in Pakistan, reden wir über die Ausgrenzung als Ressource, indem wir sie ausbeuten. Und der nächste Schritt ist dann die Ausmerzung des Ausgegrenzten. Das heißt, wenn wir uns dazu entschließen, das als bedrohlich wahrgenommen, unsere eigene Superiorität Gefährdende nicht nur auszugrenzen, nicht nur auszubeuten, sondern zu vernichten. Sie sehen, Rassismen, unsere Welt ist von Rassismen nicht frei, denn zumindest die Ausbeutung der Ausgegrenzten als Ressource ist im neoliberalen Kapitalismus leider und gängige Praxis, auch wenn hier natürlich nicht von Rassismen zu sprechen ist, denn das wäre dem faktisch ausgelagert. Aber kapitalistisches Wirtschaften ist eine der wichtigen Voraussetzungen dafür, dass sich so etwas wie ein Rassismus als diskursives Konstrukt überhaupt entwickeln kann. Ganz kurz, darauf möchte ich hier eingehen. Ludger Hoffmann hat am Anfang dieses Jahres einen kurzen Artikel im Sprachreport beim Institut für deutsche Sprache Mannheim vorgelegt, in dem er sich zur Sprache des Rassismus äußert und hat hier einmal sowohl die linguistischen Ansätze ganz kurz angerissen, als auch soziologische Ansätze kurz thematisiert und begibt sich auf den Weg mit der Frage, wie kann man so ein Konzept wie Rassismus operationalisieren. Eine Übersicht habe ich Ihnen hier eingebaut, die im Wesentlichen schon die Aspekte zusammenfasst, die wir jetzt hier entwickelt haben, nämlich es geht um Polarisierungen, es geht um Spaltung, es geht um Ausgrenzung, es geht um Markierung von Superiorität, es geht um ein Wir gegen Sie, es geht um epistemische Zuschreibung, also das sind die Wissensstrukturen, die wir vorhin gerade mit Foucault thematisiert haben. Und es geht schlussendlich darum, hegemoniale Praktiken auszuüben gegenüber einem anderen, den man als fremd, anders und minderwertig markiert. Und Sie sehen, hier sind wir ganz genau an den Strukturen, die wir bereits beschrieben haben. Es geht um sprachliche Aggression, physische Aggression und Exklusion der anderen. Schauen Sie sich das mal genau an, es kommen noch weitere Publikationen von Ihnen in naher Zukunft, darauf darf man gespannt sein. Und ein Lesetipp noch, eine Empfehlung, nämlich das aktuelle Themenheft aus Politik und Zeitgeschichte der Bundeszentrale für politische Bildung ist im Oktober 2020 erschienen. Sie sehen, es ist wirklich aktuell. Zum Thema Antirassismus ein Essayband, den ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen darf, wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen und vor allen Dingen tagesaktuelle Literatur dazu rezipieren möchten. Kommen wir aber mal, Ups, das war einen Schritt zu weit, zu Membeth zurück und auf unseren ganz konkreten Gegenstand, nämlich Koloniallinguistik. Membeth baut sowohl auf Foucault auf, als auch auf die soziologische Rassismusforschung und Konzept im Schluss, dass die Plantage als paranoide Institution in Gegenwart des Gespensts der Auslöschung der Platz ist, an dem sich die Schärfe des diskursiven Konstrukts von Rasse am allerdeutlichsten zeigt. Jetzt läutet kurz die Uhr. Und ich möchte Ihnen zeigen, über welche Region wir sprechen, wenn wir über Plantagenwirtschaft reden. Nämlich, das ist sogenannt Dänisch-Westindien. Das hatten wir jetzt im Seminar schon einige Male. Und wir haben aus dieser Region, sowie aus Südamerika und Nordamerika, umfangreiche Berichte aus der Mission der evangelischen Brüder, der Herrn und Brüder Unität. Und ich würde mit Ihnen mal einige Textpassagen durchgehen, die Ihnen illustrieren sollen, wie auf der einen Seite Ausgrenzung funktioniert und wie auf der anderen Seite so etwas wie ein Gefühl von Angst und des Bedrohtseins auf sprachlicher Ebene vermittelt wird. Die Rechtfertigen hart zu strafen, gewalttätig zu sein und so die Plantage zu dieser paranoiden Institution mit der Angst vor der permanenten Auslöschung überhaupt zu machen. Achten Sie mal in den Texten. Das ist sehr subtil. Achten Sie in den Texten auf kleinere Details. Da bei der großen Menge der Neger ihre vorzüglichen Leibesstärke und ihrer größtenteils schlechten Denkweise die Freiheit und das Leben der Planken in einer scheinbaren Gefahr ist, so sind die den Negern vorgeschriebenen Gesetze vorzüglich dahingerichtet, ihnen jede Veranlassung, ja selbst die Neigung zu benehmen, die Planken auf irgendeine Weise zu schädigen. Typisch für die Texte ist tatsächlich das Sprechen von Weißen und Braunen. In dem Fall haben wir auch im nordamerikanischen Kontexten, dass die indigene Bevölkerung, die First Nations, werden als Braunen bezeichnet oder als Indianer und die Europäer durchgängig als Weiße, selbst wenn Oldendorp Deutscher ist. Das heißt, es gibt offensichtlich da eine sehr ausdifferenzierte Zuweisung von Diskursakteursrollen. Aus heutiger Perspektive würde man das Planke ebenfalls als möglicherweise in bestimmten Kontexten schon als rassistischen Begriff bezeichnen. Allerdings muss man ehrlich sagen, dass hier damit eben ausgerechnet die Kolonialherren gemeint sind. Das, was ich aber sehe, ist, dass wir schon hier in einer ganz einfachen Hinführung die zentralen Aspekte sehen, die dazu führen, dass man sich in unnachgiebiger Härter gegenübersteht. Sicher, die Situation vor Ort ist eine Katastrophe. Diejenigen, die hier beherrscht werden, sind aus Afrika, kann man sagen, geraubt. Im sogenannten Dreieckshandel und werden von einer weißen Minorität eingesperrt und zum Arbeiten gezwungen. Und sie sind deren Eigentum. Das heißt, das ist die Ausgangslage. Und was sie aber auch sehen, ist, dass sie sofort moralische Zuweisungen haben, die dem entsprechen, was wir vorhin bei Membe hatten, dem Rassensubjekt des Negers entspricht. Also sie haben größtenteils schlechte Denkweise. Sie haben vorzüglich Leibesstärke. Das ist die Figur des edlen Wilden, die hier durchkommt. Und die vor allen Dingen zu einer Naturwüchsigkeit, Naturzugehörigkeit, irgendwie mit auf dieses Konto einzahlt. Allerdings sehen Sie, dass sich daraus auch die vorgeschriebenen Gesetze daran orientieren. Nämlich indem Sie noch keinerlei Veranlassung dazu geben, den Neigungen nachzugeben. Dadurch zeichnet sich bereits hier schon eine gewisse Schärfe an. Und die permanente Bedrohungssituation sehen Sie direkt im Zitat danach. Es ist immer Grund vorhanden, von gezwungenen Sklaven zu vermuten, dass sie auf die Erlangung der Freiheit bedacht sind. Ja, ist es. Und dem wird die ganze Zeit entgegengehalten. Und das ist die Ausgangssituation in Dänisch-Westindien. Ich gehe mal weiter. Ein Beispiel für einen solchen Aufstand. 1733. Solange die Aufrührer Meister von der Insel waren, so übten sie alle die barbarischen Kriegsrechte aus, wozu ein erbitterter Feind in einem eroberten Land berechtigt zu sein glaubten. Sie raubten, sie senkten, sie brennten, zerstörten und lebten im Überfluss, ohne auf die nötigen Anstalten zur Behauptung ihrer Eroberung zu denken. Vernünftige Überlegungen hatten an ihrem ganzen Unternehmen keinen Anteil gehabt und kein Verstand hätte auch zu ihrer Verteidigung gereicht. Also Sie sehen, es gibt offensichtlich hier einen Gewaltausbruch auf St. Jan 1733. Die passieren eigentlich regelmäßig. Und diejenigen, die sich dann befreiten, wüten in unglaublicher Art und Weise auf diesen Inseln, töten in der Regel alle Europäer. Und ihnen wird aber gleichzeitig unterstellt, dass sie keine vernünftigen Überlegungen anstellen, wie sie mit den Eroberungen weiter umgehen. Können sie auch nicht. Sie haben keine Schiffe. Und das ist die bedrohliche Lage in Dänisch-Westindien, für die dort beherrschen. Denn selbst wenn sie sich die Freiheit auf einer der Inseln erkämpfen, kommen sie nicht von der Insel weg. Also eine ausweglose Situation, in der sich alle dort wähnen und in unnachgiebiger Harte gegenüberstehen. Sie sehen, das Ganze geht in einem Fortdurchendurch. Der lasterhafte Charakter. Und ihre Menge, genau, das ist das Entscheidende, sie sind einfach schlicht in der Überzahl, hat in die Strafen derselben eine Härte gebracht, die mit der Größe ihrer Vergehung in dem Anschein nach nicht immer im gehörigen Verhältnis stehen. Das heißt, wenn wir an Foucault zurückdenken, überwachen und strafen, dann haben wir hier ein Verhältnis ungefähr von 1 zu 10. Also das heißt, 1.000 Sklaven stehen ungefähr 100 Europäer gegenüber. Auf manchen Inseln ist das anders. Da haben wir ein Verhältnis von 1 zu 100. Also das wären dann 1.000 Sklaven stehen 10 Europäer gegenüber. Und wenn man auf Furcht als disziplinierendes Prinzip setzt, werden die Strafen immer härter. Und das Interessante hier ist aber, durch nichts als durch die Furcht vor einer so unausbleiblichen als scharfen Strafe lässt sich dieses ungedisserte Volk von der Ausübung seiner lasterhaften Eignungen abhalten. Soll heißen, wenn wir Membe und die Setzung der Plantage als einer paranoiden Institution uns anschauen, sind das genau die Keimzellen und die Bedingungen dafür, dass so etwas wie ein europäisches Rassensubjekt des Negers entsteht. Nämlich, dass wir einen Ausbeutungskörper haben, der im kapitalistischen System ausgebeutet werden darf, weil er als Nichtmensch deklariert ist. Also das muss man sich klar machen. Und unter dieser Voraussetzung darf ich ihn rauben, darf ihn in die Karibik in eine Zuckerrohrplantage stellen und darf ihn mit unerbittlicher Härte bestrafen, wenn er nicht das tut, was ich von ihm verlange. Und zwar aus Angst vor meinem eigenen Leben, da ich bedroht werde durch sein lasterhaftes Verhalten und seine Neigungen. Und bis man sich heutzutage in eine solche Denkfigur eingearbeitet hat, glauben Sie mir, schütteln Sie häufiger mal mit dem Kopf. Und wenn wir über eine historische Situation nachdenken, ist das die Normale. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich das zurechtzulegen, seien Sie froh. Das heißt, es würde nämlich bedeuten, dass Sie in diesen Denkfiguren nicht mehr argumentieren und leben. Und das geht so weiter. Durch unmäßige Härte werden Sie zum verzweifelten Entschließungen gebracht, durch jene aber können Sie in schädliche Ausschweifung geraten, sodass Sie schwer wieder in Ordnung gehorsam zu bringen sind. Denn Sie düngen sich sehr leicht, selbst Herren zu sein, sobald Sie Ihr Joch nicht nachdrücklich fühlen. Ja, und so weiter und so fort. Also das heißt, Sie können jedes Zitat hier nach und nach durchgehen. Ich möchte Ihnen aber eines zeigen, dass vielleicht ein wenig anderes Licht auf die Missionare selbst lenkt. Denn Sie sind ebenfalls davon abhängig, dass Sie in den Kolonien missionieren dürfen, profitieren auch davon, allerdings stellen Sie selber so etwas wie subversive Elemente dar, denn Sie bringen den von Ihnen betreuten vor allen Dingen Lesen und Schreiben bei. Das heißt, Sie haben ein sehr gutes Ausbildungssystem und Sie ergreifen auch Partei. Zu großer Freude unserer Negergeschwister auf zwei unter einer Verwaltung stehenden Plantagen wurde der Verwalter derselben in diesen Tagen seines Amtes entlassen. Auch wir nahmen den innigsten Anteil an ihrer endlichen Befreiung von dem Joche, dieses unbarmherzigen Mannes, dessen Gleichen es glücklicherweise nur weniger auf dieser Insel gibt. Im Hinblick auf Antigua 1823. Wir sind hier ganz kurz vor den Sklavenfreiheitsbewegungen, den Menschwerdungsprozessen auf Jamaika, direkt auf einer der Nachbarinseln. Sie sehen hier, dass das Verhältnis und die Position der Missionare durchaus eindeutig ist. Das lesen Sie aber allerdings nicht in dem Großmissionsnarrativ von Oldendorp, sondern in einem Bericht, der erschienen ist in den Nachrichten aus der Brüdergemeinde in einem Bericht von Antigua 1823. Das Ganze geht so fort und fort. Das heißt, neben dieser furchtbaren Bestrafung, sagen wir mal, den Strafmaßnahmen, die auf den Plantagen üblich sind, kommt es immer wieder dazu, dass, und hier geht es ins Paranoide, darum geht es mit Schitz hier in dem letzten Abschnitt, nämlich, dass man ständig Angst hat davor, dass ein Aufruhr, der irgendwo aufzuflammen droht, übergreift, überspringt und andere ansteckt. Und deswegen wird jederzeit und bei jeder Gelegenheit werden Milizen zusammengerufen, um bewaffnet möglicherweise Aufstände niederzuwerfen. Und dafür sehen Sie hier ein Beispiel. Also wir haben gehört, dass darauf könnte hinkommen, dass Sie sehen auch die entsprechenden Lexeme, Schrecken, Angst und man zögert nicht, sofort, sehen Sie hier, die Insel in Kriegsland zu erklären und sofort den Kriegszustand zu unterwerfen. Ein anderes Beispiel hier, dass man Verdacht schöpft, es könnte sich etwas bewegen und sofort werden Bürgermilizen eingesetzt und Posten besetzt. Also das heißt, hier regiert tagtäglich die Angst mit. Und das sind beides Voraussetzungen. Um es nochmal an den Ursprungssetzungen deutlich zu machen, wir haben ein diskursives Konstrukt Rasse, in dem wir den anderen oder die andere als fremd wahrnehmen. Wir markieren unsere eigene Überlegenheit, indem wir zum Beispiel nicht lasterhaft sind oder nicht verwerflichen Neigungen folgen. Wir sind nicht so barbarisch wie die anderen. Dann haben wir hier ganz klar eine Setzung dessen, dass wir durch das andere bedroht sind, obwohl wir es an und für sich einfärchen. Also wir haben es schon ausgegrenzt, färchen es ein, beuten es aus und steigern uns in eine Spirale hinein aus Gewalt und Angst, die sich gegenseitig bedingt. Und diese Situation auf den Kolonialgebieten oder auf den Inseln vor Mittelamerika läuft über Jahrhunderte so in dieser Art und Weise. Und wenn wir uns überlegen wollen, warum bitte in einem Rassensubjekt des Negers so viel Schärfe liegt, dann liegt es im Wesentlichen daran, dass sich Europa hier 300 Jahre lang eingeübt hat, vor einem Unterjorten Angst zu haben und diesen Unterjorten bitter, 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 bitter zu strafen. Und sich gar nicht erklären kann heute vielleicht, wie die Schärfe in der Diskussion herkommt. Warum darf man das Wort nicht mehr sagen? Genau deshalb wir haben uns 300 Jahre lang das Recht genommen, andere zu negern und zu machen, obwohl sie einfach nur eine andere Hautfarbe haben. Und dieses zum Neger machen ist der Gewaltakt, der damit verbunden ist und nicht die Andersartigkeit eines anderen wahrzunehmen, ob er anders aussieht, größer, kleiner, dicker, dünner und andere Hautfarbe hat, sondern ihn zum Ausbeutungssubjekt zu machen. Und deswegen hat auch diese Diskussion und die Situation in den Vereinigten Staaten so eine extreme Schärfe. Es geht hier nicht einfach nur um Begriffe, um das eine und das andere, sondern es geht darum, dass darin ein mehrhundertjähriges Ausbeutungsverhältnis begründet liegt. Und kommen wir doch mal genau auf die Vereinigten Staaten zum Abschluss zu sprechen. Das ist natürlich nicht das einzige Kolonialgebiet, in dem wir mit solchen Mustern zu tun haben. Das heißt, mit den Fragen, wie rechtfertigen wir Ausbeutung, wen machen wir zu Rassensubjekten. Und ich würde Ihnen ganz gern zwei Beispiele zeigen, einmal aus dem Narrativ von Georg Heinrich Lohskiel auf der einen Seite und dessen Übersetzung ins Englische durch Christian Ignatius durch Latrobe 1789 und 1794. Also wir sind hier unmittelbar nach der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Vielleicht ganz kurz auch hier, das haben wir vorhin bei den Planken gesehen, werden weiße Leute von Deutschen und Briten, also Lohskiel ist Deutsche, Latrobe ist Brite, in ihren Narrativen ganz selbstverständlich eingepflegt und damit werden üblicherweise die Europäer und deren Abkömmlinge in Amerika benannt und zwar um die Gruppen in Nordamerika auszudifferenzieren. Interessant ist aber, dass diese Bezeichnung auch durchaus Schimpfwortqualität hat, wie Sie in dem letzten Beispiel sehen, für den sonntäglichen Kirchbesuch wurden sie von den übrigen ebenso öffentlich gehasst und Sonntagsindianer auch wohl Schornachs, das heißt weiße Leute genannt, welches der ärgste Schimpfname sein sollte. Also das heißt, die weißen Leute werden deswegen weiße Leute genannt, weil sie oder werden Schornachs genannt, weil sie sonntags in die Kirche gehen. Sie sehen diese ganzen Beziehungen zwischen den Europäern und den Weißen, das sehen Sie hier, sind in Nordamerika vor allen Dingen erstmal auf Handelsbeziehungen ausgelegt und Handelsbeziehungen zur indigenen Bevölkerung. Allerdings auch mit Krieg und Verdrängung, nämlich, dass man zunächst noch die Hoffnung hat, sehen Sie im ersten Zitat, dass man friedlich nebeneinander leben kann, indem man sich gegenseitig unterstützt, aber es gibt natürlich auch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Weißen und der indigenen Bevölkerung in Nordamerika. Sehen Sie hier an einem Übergriff des Stammes der Irokesen, die tatsächlich muss man sagen nicht nur gegen Weiße äußerst gewalttätig sind, sondern auch gegen andere Stämme und Nationen der First Nations. Schlussendlich bleibt aber das Fazit die Ankunft der Europäer gab, also Veranlassung zur Wanderung ganzer Völkerschaften. Tatsächlich ist das die Konsequenz, also die Vertreibung der indigenen Bevölkerung aus ihren Lebensräumen. Man schließt auch gemeinsam Verträge, das überspringe ich jetzt aber, können Sie sich dann genau durchsehen, und interessant wird es dann, als wir, als ein Teil der europäischen Weisen in den Vereinigten Staaten sich aus dem Kolonialloch befreit, nämlich der Briten und Franzosen und um diese Gruppen voneinander zu differenzieren, spricht Luski ab einem bestimmten Zeitpunkt von Engländern und den Freistaaten, die sich aus der britischen Kolonialmacht sich von der britischen Kolonialmacht lösen, befreien konnten und von ihnen spricht er dann als den Amerikanern, während sie von den First Nations als Langmesser bezeichnet werden, weil sie Degen tragen. Interessant ist jetzt aber die Passage, auf die ich jetzt hin will und die schon ein wenig andeutet, warum es nicht nur zum Beispiel in Westindien zu rassistischen Abgrenzungsversuchen kommt und Ausgrenzungsversuchen, nämlich der fettgedruckte Teil in der Mitte dieses Zitats im Kontext des sogenannten zweiten Gnadenhütten-Massakers. Dieses menschliche Betragen der Regierung in Pittsburgh, die ist britisch, verdross diejenigen Amerikaner, von welchen schon mehrmals angezeigt wurden, dass sie Amerika für das gelobte Land und die Indianer für Kananiter hielten, die schlechterdings ausgerottet werden müssen. Wenn man so will, reden wir hier über einen Genozid und das, was dem zugrunde liegt, ist eine behauptete Superiorität aufgrund christlicher Kultur. Das sehen Sie nicht nur an der Metapher, die angedeutet wird, nämlich über die Kananiter, das heißt, es ruft sich auf Erzählungen aus der Bibel. Sehen Sie mit dem Hinweis auf das gelobte Land, dass Israel in der biblischen Vorlage ist. Und Sie selbst als Christen, das werden Sie gleich noch sehen, nehmen wir sich in Anspruch, dass es Ihnen gehöre, und zwar aus Gottes Wille. Und dieses diskursive Konstrukt, das hier aufgezeigt wird und das hier zwischen den Zeilen nicht nur durchschimmert, läuft auf einen Ausbeutungs- und Vernichtungsrassismus hinaus. Das ist der Deutschtext. Jetzt zeige ich Ihnen im Vergleich dazu noch den englischen. Jetzt mal hier direkt nebeneinander gesetzt, von der Trobe 1794. hier geht es nicht mehr, wenn Sie ein bisschen weiter runtergehen, hier geht es nicht mehr nur einfach darum, dass sie ohne Gnade, also vielleicht lese ich das mal vor, we presented the Indians as Canaanites who without mercy ought to be destroyed from the face of the earth. Also das heißt, die aus zerstört werden müssen vom Gesicht, angesichts der Erde gewischt werden müssen and considered ohne Gnade, ohne Gnade, and considered America as the land of the promise given to the Christians. Hier haben wir diese ganz typische kulturelle Überhöhung, die einen Vernichtungs Rassismus begründet. Und glauben Sie mir, 1794 dürfen Sie durchaus von Rassismus sprechen. Und das Ganze deutet auch die historische Dimension des Ganzen an. Wie Sie gesehen haben, bewegen wir uns hier in einer Phase europäischer Kolonialpolitik, die sich ab dem, man müsste sagen, 17. Jahrhundert einübt, Rassensubjekte zu konstruieren. Und diese Einübung in das Konstruieren von Rassensubjekten begründet das, was wir Rassismus nennen. Und das ist eine sehr spezifische historische Entwicklung. Und das Entscheidende ist, dass im Unterschied zu anderen Aspekten die Möglichkeit einer Eingliederung in die eigene Kultur nicht mehr möglich ist. Also wir haben zu dieser Zeit durchaus Mechanismen, die es gestatten, dass jemand in den eigenen Kulturkreis integrieren kann, entweder durch Heirat oder in der christlichen Kultur sehr lange durch Taufe. Aber ich habe Ihnen hier zwei Mechanismen gezeigt, die sich über diese Aspekte erheben, auch die Herrenhuter taufen. Allerdings befreit das nicht diejenigen, die auf Jamaika auf Plantagen arbeiten, sondern sie bleiben diesem Ausbeutungsmechanismus unterworfen. Für diejenigen dort müssen wir von Rassensubjekten sprechen. Und auch für die First Nations, die teilweise durch die Herrenhuter getauft werden, genau hier im Kontext dieses Gnadenhütten Massakers ist das der Fall. Sie sprechen dann von unseren Indianern, denen hilft das nicht. Diese werden ausgerottet, ohne Gnade, weil das Land als versprochen ist, den Christen gehört. Und dass es diesen Angliederungs, diese kulturelle Praxis nicht mehr gibt, zeigt uns an, dass wir von Rassismus sprechen müssen. Und mit dem letzten Blick auf das, was uns im Seminar beschäftigt, dass wir heute möglicherweise über einen Rassismus ohne Rassen sprechen müssen, um weiterhin Diskriminierung betreiben zu können und zugleich begrifflich und undenkbar zu machen, mobilisiert man statt der Biologie nun Kultur und Religion. Man gibt vor, der republikanische Universalismus sei blind für die Rasse, schließt aber die Nicht-Weißen in ihre angebliche Herkunft ein und vermehrt unablässig die in Wirklichkeit rassifizierten Kategorien, die in der Mehrzahl die alltägliche Islamphobie nähren. Hier geht es um die Islamphobie und wichtig in dem Zusammenhang, dass die Konzepte von Kultur und Religion den Begriff der Rasse ablösen und Frederiksen dazu 2011 bereits Kultur kann in einem solchen Maße verdinglicht und essentialisiert werden, dass sie zum funktionalen Äquellen des Rassenbegriffs wird. Das heißt, auch wenn wir heute keine Menschen auf Jamaica mehr einsperren und gewaltsam auf Plantagen halten, so ist diese Denkfigur der Ausgrenzung und der Ausbeutung noch längst nicht erledigt, die wir erklären aufgrund eigener Priorität und der Minderwertigkeit anderer. Wie gesagt, das kann eine tatsächliche oder behauptete sein und im Fall, den ich Ihnen eben gezeigt habe, im Hinblick auf Nordamerika ist es eine behauptete, die deutschen Missionare und die britischen Missionare lassen keinen Zweifel daran, was sie von den Amerikanern halten. Wenn Sie das interessiert, darf ich Sie einladen, dazu, Lothgiel und Latrobe zu lesen und sich mit der Geschichtlichkeit des Konzeptes auseinander zu setzen. Das heißt, verwenden Sie den Begriff Rassismus nicht leichtfertig, sondern machen Sie sich immer klar, dass dieser Begriff und die dahinter liegende Denkfigur historisch entstanden ist und mehr oder weniger eine Konjunktur hat zu einer bestimmten Zeit und wenn wir uns heute in kolonialen und postkolonialen Diskursen bewegen, sehr vorsichtig sein müssen, dass wir das Konzept nicht auf alle Aspekte der Diskriminierung anwenden, zumindest im deutschen Sprachgebrauch, im amerikanischen ist das, wie gesagt, etwas anderes und dass wir möglicherweise ganz andere Mechanismen am Werke haben, die wir möglicherweise leichtfertig verdecken, wenn wir eine kulturelle Praxis als rassistisch deklarieren oder nicht. Nichtsdestotrotz alle diese Praxen stehen im Kontext einer Superioritätsbehauptung, die uns oder diejenigen, die das, die eine andere Gruppe herabsetzen, aufwertet und die Unfalländerlichkeit dieser Aufwertung betont. Immer wenn Sie so etwas sehen, sind Sie mehr oder weniger auf den Spuren rassistischen Denkens und rassistischen Sprechens, obwohl es dann noch saubere Differenzierungen bedarf. Mit diesem etwas traurigen Ausblick darauf, wie wir Menschen uns gegenseitig das Leben schwer machen können, in jeder erdenklichen Art und Weise, möchte ich diesen Input, der heute etwas länger geworden ist, als sonst üblich, beenden. Ich denke, das Thema rechtfertigt das aber auch hoffe, dass Sie viele Anregungen mitgenommen haben für die Beobachtung von Sprachpraxen, die andere herabsetzen und in einem zweiten Schritt exkludieren. Ich möchte Sie aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass diese Praxen als in einem historischen Zusammenhang zu denken sind und das in besonderem Maße für den Rassismusbegriff gilt. Aber das können wir gerne auch in den Diskussionen in den nächsten Wochen noch vertiefen. In diesem Sinne bin ich für jetzt erst mal ganz herzlich Alexander Lasch und hoffe, wir können bei nächster Gelegenheit wieder miteinander ins Gespräch kommen. Bis dahin. Ciao. Links von mir sehen Sie jetzt den Hinweis auf die Videoreihe für dieses Seminar, die Inputreihe, falls Sie das Video auf einem anderen Wege gefunden haben. Darunter noch ein anderes aus dem Portfolio. Wenn Sie mögen, dann lassen Sie ein Like da oder kommentieren. Besonders im Hinblick darauf, dass wir Open Educational Resources nach vorn spüren. In diesem Sinne, auf bald, ich bin raus. Ciao.